So, weiter jetzt mit Neunrunden Tropico, genau, wir waren jetzt glaube ich die zweite Folge von Flusterkneipe, also vom zweiten Anlauf, genau, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich stecken geblieben bin, aber wir sind irgendwo, glaube ich, an der, ah, mal abwarten, ich will jetzt gerade mal kurz sagen, an der guten Stelle, aber, naja, brauchen Sie die Gefängnis auf der kleinen, war, okay, ich soll Alcatraz nachbauen, da hinten, die in, was? Warum bräuchte ich drei Gefängnisse, vor allem drei Gefängnisse kosten so viel, kann man das irgendwie auch skippen oder so? Ja, 12.000, das ist 36.000 für nichts. Bis jetzt in der Regel, gut, Geld wäsch' jetzt immer gut, ähm, Konserven, ja, Konserven ist auch gut, Exportroute mit den Alliierten, haben wir schon. Das sind wir gerade dabei. Baumwolle sind wir auch dabei. Gut, 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 okay. Äh, unsere Beliebte sind im Arsch, unsere Finanzen sind im Arsch, äh, joa, ähm, da hinten, glaube ich, noch einen zweiten Hafen, ich weiß gerade nicht, ob wir irgendwie, na, ich bin mir überlegen, ich würde den zweiten Hafen hinten ganz klein wegtun. Ich meine, das Ding kostet schon auch Geld, viel Geld und ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt, also, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir echt nicht sicher. Ja, sowas haben wir hier, wir haben mal wieder nichts, kein Fortschritt. Ähm. Busgarage, der hält hier, ja gut, aber ich meine, hm, was soll ich denn noch machen? Können von da nach, ja, der Weg ist natürlich ein bisschen umständig und so, das mag schon sein, aber, ja, doch, das passt eigentlich. Ähm, Fleisch und Fisch, ähm, Fleisch und Fisch, also ich meine, Produktion läuft eigentlich schon ganz okay, aber, ich vermute, unser Transportbüro reicht einfach schon wieder nicht mehr. Ähm, wir haben wieder kein Geld, das ist natürlich super. Oha, unser Öl bringt aber echt viel. Der Rum ist nicht mehr im Trend, okay. Ähm, gut, ich meine, das macht uns jetzt nicht komplett reich, aber... Das ist schon nicht so kacke eigentlich, merke ich gerade. 2,7k, naja. Banane, Rum und Kohle, ja. Konserven. Also wir müssen auf alle Fälle schauen, wir brauchen, glaube ich, auf alle Fälle mehr, ähm... Dinger hier. Die Bürger verlangen nach... Ja, meine Reden sind immer super. Das können wir besser machen, Glaubenszufriedenheit, wir können nicht alles besser machen. Sicherheitszufriedenheit. Ja, das ist gut. Ähm, wenn wir die beliebtesten loben. Das Sinn macht, keine Ahnung. Versprechen tun wir natürlich erstmal nichts. Umspannwerk, hier muss Pia. Bringt uns nicht so viel. Wir klatschen schon. Oh, warte mal, warte mal, wir haben Wahlen, okay. Ähm, kurzen Moment überlegen. Wir müssen jetzt Gas geben, okay. Obdachlosigkeit. Ah, ja, gut, das ist halt kacke. Kein Geld, das ist auch kacke. Äh, wir werden die Wahlen so nicht gewinnen. Ähm, ein Monat. Okay, Wahlen sind 23 Monate. Äh. Das ist jetzt gerade alles nicht so ganz optimal. Äh, wir haben Zeitung, oder? Eine Zeitung haben wir schon, Anzeigenblatt. Hier passiert gar nichts. Ja, Leute, da macht hier mal bitte mehr Propaganda. Äh, es wird hier langsam brenzlig. Oh, die können drink. Brandt vielleicht noch eine zweite Taverne. Bin mir nicht ganz sicher. Also eine dritte Taverne. Wo ist denn diese Restaurantsicherheit hier? Ist das... Wo ist denn dieses Restaurant eigentlich überhaupt? Ich verstehe es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Also wir müssen wahrscheinlich bauen noch, oder? Okay, 18.000, das ist sehr gut. Das erste, was wir machen... Ach, hier haben wir schon Polizei, verdammt. Ähm, zuerst mal upgraden. Dann brauchen wir auf alle Fälle mal noch hier, äh... Ein paar Gebäude für die Unterschicht. Nein, kein Geld. Ja gut, im Prinzip, die Wahlen haben wir schon gewonnen. Das ist schon mal gut. Ähm. Ich denke vor allem auch mal, dass wir jetzt dann... gleich schon ganz gut profitieren werden, denn... Äh, ich meine allein ein Gebäude mehr. Und hier, ähm, ein paar Arbeitsstellen mehr. Machen natürlich schon auch viel aus. Sollte es zumindest. Die Verfassung können wir auch nochmal festschreiben. So, Leica, wir können natürlich auch atheistischer Staat auswählen. Hm, Bildungsforschungsgebäude, ja. Das ist gerade die Frage. Das ist die große Frage. Hm. Könnt ihr hier auch... Hm. Entwicklungshilfe, das ist gut. Das brauchen wir auch aktuell. Oh Gott, die Botschaft brennt. Und die letzten Sätze ist auch so angefangen. Ne, es wurde zerstört, glaube ich, damals. Ähm, haben wir irgendwo eine Feuerwehr? Wo ist unsere Feuerwehr? Tja, da bringt es was. Wo ist die... Haben wir keine Feuerwehr oder was? Oh nee, bitte sag jetzt das nicht. Wo ist unsere Feuerwehr, verdammte Scheiße. Fuck. Sag bloß, wir haben keine Feuerwehr. Wir hatten noch eine Feuerwehr, oder? Oder haben wir damals von... Also selbst ingebaut? Oh nee, bitte nicht. Das wäre richtig übel. Ne, also Feuerwehr brauchen wir auf alle Fälle. Warum steht die Klinik eigentlich noch hier? Ja, die musste der Händler. Ah, fuck. Kann ich nur sehen. Feuerwehr. Haben wir Sicherheit, ob wir noch nachschauen. Achso, hier sind wir sicher wegen dem Ding. Ist klar. Das heißt, wir müssen eine Kneipe hier hinten hinbauen. Also Restaurantsicherheit unter 30. Ach, da hat man das Interviertelge oben. Ah, okay. 57, 40. Bauen wir die am besten da hin oder so. Ja, hier so hin. Was ist das eigentlich da für ein Ding? Ein Parkdeck, okay. Okay, kurz was passieren. Wir brauchen Feuerwehr. Oh Gott, nein. Fuck, wir brauchen Geld. No, 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 no. Was können wir tun? Ein Broker Geld kaufen, in Anführungsstrichen. Aber es bringt uns nur sehr wenig. Wir brauchen ein paar Tausend. Scheiße. Ich überlege gerade, ob ich das erst mal ausmache. Ich meine, kostet das Ganze dauerhaft Geld. So, hier. Oh. Oh, sind wir auch geschlossen. Sehr gut. Ja. Nee, reicht noch nicht. 4, 5, um erst. Verdammte Scheiße. Wir brauchen genau 4, 5. 5, 5. Also, 5, 5. Come on. Gut, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Alles entspannt? Alles okay. Nächster Schiff, 2 Monate. Das können wir abwarten. Das Gute ist es auch, wir haben jetzt Stoffe. Könnten wir noch eine Kleiderfabrik bauen, merke ich gerade. Hier haben wir auch einige Konserven drin. Ja, also solange hier die Waren hier dahin kommen, wo wir sie hin müssen, bin ich verhältnismäßig zuversichtlich, denn solange wir hier unseren Verkauf haben, ist eigentlich alles in Ordnung. Waffen, ja, Waffen bräuchten wir halt und, ja. Vermögensteuer. Wie viele Vermögen haben wir aktuell? 30 Optolose, Scheiße. Wo haben wir unsere Wohnungen, Schaps, Bildung, Vermögen? Hier. 19 stinkreich haben wir. Sollen die ein bisschen bluten? Wie viel bringt denn das? Ich glaube, das kauft man so am besten uns mal. Wir können das nicht leisten, oder? Wo haben wir das Ganze? Da kommt das Schiff, sehr gut. Vermögensteuer. 2.500? 5 pro Monat. Naja. Okay, sehr gut. Ähm. Feuerwache. Ähm. Irgendwo ein bisschen zentraler wäre endlich da wieder gut. Vielleicht hier so hin. Ich weiß, das ist jetzt absolut beschissen platziert. Aber wo soll ich das hinbauen? Hier hin vielleicht so? Geht nicht, oder? Äh. Da ist es gut, da ist es gut. Okay. Ähm. 2.500. Pro Monat 5. Warte mal, wir haben aktuell... Warte mal, ich habe zwölf Reiche. Für jeden Reiche. Ach, Reiche noch stinkt. Okay, mal 14. 14 mal 5 sind... Ähm. Nicht viel. Ja, 60, 70. Das bringt uns eigentlich gar nichts. Könnte ich auch noch hier mal die Klinik umsetzen? So. Ähm. Ach so, hier haben wir eh noch Gebäude. Ja, ein bisschen Kacke. Ja. Ja. Ja, jetzt habe ich es, glaube ich, nicht gut platziert, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Betäubung ist auch noch ganz okay. Okay. Ähm. Na, jetzt wird es nicht genug Geld. Verdammt. Hätte ich vielleicht zuerst mal anzuhören, oder? Ähm. Kommt da gerade ein Schiff? Oh, ein Schiff. Tabak. Warum wird der Tabak verkauft? WTF? Ich will das doch hier zu, zu, äh, Ding machen. Zu... Zigarren. Habe ich keine Zigarrenfabrik? Habe ich keine Zigarrenfabrik? Toll, das ist hier schon gebaut. Habe ich noch Zeit? Äh, ja, passt. Äh, habe ich keine Zigarrenfabrik? Bin ich blöd? Was haben wir hier denn eigentlich? Ach, wir haben ja schon ein Angefängnis. Haha. Heißgut-Zollamt. Und... Wir haben kein Ding. Hm. Das blöd. Das ist echt blöd. Was bringt uns dieses Restaurant eigentlich hier? Achso, vom Broker. Ja, ja, gut. Hm. Hm. Was so, wie denn gerade? Nahrungindustrie. Nee, hier sind wir gleich, oder? Industrie. Äh, wir brauchen eine Zigarrenfabrik. Das ist scheiße teuer. Kaufen wir uns vielleicht teuer ist mein Restaurant. Das ist auch nicht so sinnvoll, aber... Da steht irgendwas von Geldwäsche. Ich denke, das kann doch gut sein. Okay. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Das sieht ganz okay aus. Das Ding... Ja, es geht so. Das darf halt nur nicht komplett abbrennen, weil sonst muss ich es wieder aufbauen. Kostet haufenweise Geld und so. Das ist halt nicht gut. Milch bringt 1400. Was? Warte mal, können wir eigentlich schon ein Ding bauen? Textil... Ach, Stoff. Ähm, Modefirma wäre geil, oder? Stoff oder hierzu Kleidung. Ah, das wäre geil. So, jetzt, aber jetzt go forever. Na ja, Beliebtheil ist es nicht so toll, aber... Hm. Komm, jetzt geht doch da endlich rein. Rein da jetzt, let's go. Geht doch. Komm, 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 mach dann dieses Feuer aus. Ich hätte es wahrscheinlich direkt neben der Busgarage machen sollen. Ah, das war dumm, ja. Das war richtig dumm eigentlich, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ich bin mir sicher, dass... Oh Gott, ja, komm. Geld, da kommt Geld. Geldtransporter, nice. Konservant 802, ja, das ist gut. Was bringt der noch? Hier geht er, toll. Warum wir das Ganze vielleicht doch irgendwo neben die Häuser hin, oder so? Ich bin mir sicher, dass... Äh, ja, jetzt sind wir wieder... Die gehen zu Fuß? Die laufen zu Fuß, okay. Sorry. Das ist... Ah, nee, da kann... Okay, zur Haltestelle. So, das Arbeiten zumindest mal. Jetzt müssten die wirklich immer noch Gas geben. Ah, das wird echt ziemlich knapp. Komm, 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 komm. Ja, rein, jetzt da, aussteigen und let's go. Huh. Ach, das ist doch auch Sicherheit, nice. Sehr, sehr gut. Gab aber nichts. Mit pracht der Zinsen durch Bank, geil. Okay. Okay, 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 interessant. Da ist er, da ist er, da ist er. Raub von hinten. Was muss er ecken? Ach, Raub abgeschlossen? Oh, stimmt, wir haben das ja. Äh, wisst ihr was, das machen wir kurz alles raus. Ähm, und auch... Das brechen wir... Können wir abbrechen? Können wir nicht abbrechen, okay. Äh, Rest machen wir mit Schatzjagd voll, ist einfach besser. Okay, ein Feuerwehrauto. Oh, er lascht, er lascht, er lascht. Oh Gott, das klingt jetzt schon ziemlich fertig aus. Huf, huuf, huuf, huuf. Okay, jetzt kommt ein 3. Ja, gut, okay. Ich denke mal, das können wir schaffen. Gut, was haben wir hier? Ähm, 9K hier doch. Sehr gut, Wahl gewonnen. Okay, das ist sauknapp, leider. Es sind einige Bürger daran erinnert werden, wie sehr sie euch lieben. Hoppla. Zirkus bauen haben wir doch schon, oder? Haben wir keinen Zirkus? Ja, ich kriege eben noch einen Zirkus. Was ist hier eigentlich los? Gibt es hier wirklich jemanden, der... Ich weiß nicht, diese Restaurants, ich bin davon nicht so überzeugt, irgendwie. Okay, viele Leute löschen uns hier. Nächsten Feuerwehr-Autos kommen. Ja, okay. Also ich glaube, wir haben zumindest jetzt das Level erreicht, wo wir, ähm... Wo wir jetzt nicht pleite gehen. Hoffentlich zumindest. Ähm... Ja, die Zigarren hier, die sind noch hier gerade eine Sache. Ich meine, Zigarren sind halt wirklich so eine geisteskrankung hier. Meeresfrüchte haben wir... Okay, kaum welche. Baumhalle, okay. Ja, passt. Waffen, Zirkus, Kaffee. Können wir umstellen auf Kaffee. Hm... Was haben wir da? Gummibaumwolle. Ja. Gut, das nächste, was wir machen, ist Kaffee. Ah, brennt immer noch ziemlich ordentlich. Schlecht. Schlecht für uns. Stoffe bringt aber schon mal auch einiges. Kakao auch. Okay. Ja, ich bin einigermaßen zufrieden aktuell. Perfekt. Feuer gelöscht. Super. Reparieren brauchen wir nicht. Das sollte jetzt eigentlich von selbst gehen. Oder müssen wir es reparieren? Wir müssen es reparieren. Die Reparatur ist in Gange. Ach, das geht auch ohne Geld. Oder wie? Hä? Okay. Gut. Ähm... Wo stehen wir momentan? Hier? Hier haben wir... Hä? Noch Leder? What? Achso, verlemmen. Blöd. Wir brauchen noch mehr Gebäude irgendwie. Das ist echt nicht so gut. Ich würde sagen, wir machen es ein bisschen schneller.